Moin, mein Name ist Nico der Profi und ich zeige euch heute, wie ihr in Ark Survival Evolved eine Anfängerbase bauen könnt. Aber wie immer, fangen wir erstmal mit dem an, was wir heute brauchen. Ich habe mir hier so eine kleine Box vorbereitet, in die ich mal alles reingepackt habe. Das sind noch keine exakt genauen Angaben. Ich zoome euch das trotzdem mal ran, damit ihr ungefähr wisst, was ihr braucht. Aber eine genaue Liste wird es dann unten in der Beschreibung geben. So, natürlich braucht ihr nicht nur das Material, sondern ihr braucht auch eine Baufläche, die natürlich groß genug ist, damit ihr da bauen könnt, ist ja klar. Wir fangen einfach mal an und bauen dafür erstmal so ein 3x3 Fundament aus Holz. So sieht das Ganze dann einmal aus und ich würde sagen, wir ziehen drumherum auf jeden Fall auch nochmal Holzfundamente. Dann ist das Ganze 5x5 groß. Wichtig ist, die Außenfundamente müsst ihr nicht setzen. Die Base, die wir bauen, ist im Prinzip hier, ist dieses 3x3 Fundament. So, als nächstes setzen wir die Pillar und zwar wollen wir die in die Mitte zweier Fundamente setzen, also nicht so wie es jetzt ist. Und damit das funktioniert, müssen wir einmal ein Zaunfundament setzen und zwar setzen wir das Ganze einmal hier hin. Und dann können wir nämlich die Pillar auch hier eben ran setzen, also zwischen zwei Fundamente und so machen wir das. Wichtig ist, dass ihr diese Zaunfoundation niemals, niemals wegnehmt, weil sonst passiert folgendes. Ihr habt alles schon aufgebaut, ihr nehmt die Zaunfoundation weg und alles stürzt zusammen. Das wollen wir natürlich nicht. Jedenfalls setzen wir jetzt die Pillar immer hier in die Mitte zweier Fundamente einmal ringsherum auf der 3x3 Ebene. So sieht das Ganze dann fertig aus. Jetzt setzen wir nochmal oben drauf die Holzpillar auch nochmal wieder einmal ringsherum. Und so sieht dann der nächste Schritt aus. Als nächstes können wir dann die Wände reinziehen. Unten machen wir die aus Stein. So, natürlich brauchen wir auch eine Tür. Wir müssen uns dafür einmal überlegen, wo wir die hinsetzen wollen. Ich setze die jetzt einfach mal hier vorne hin. Und dann noch die Tür rein und dann gehen wir einmal ringsherum unten mit Steinwänden. So sieht das dann einmal von innen aus. Und dann gehen wir noch einmal herum mit den Holzwänden darüber. Und noch einmal die Innenansicht. Also einmal einfach herumgehen mit den Holzwänden. Dann sieht das Ganze einmal so aus. Im nächsten Schritt können wir dann einmal die Decke reinziehen. Da lassen wir dann die Mitte sozusagen offen. Da kommt gleich eine Falltür hin. Also einmal hier ringsherum gehen und einmal hier oben dann die Falltür einsetzen. Und damit wir hochkommen, setzen wir uns mal hier noch die Leitern hin. Die würde ich jetzt einfach mal hier vorne so hinsetzen. Zwei Stück am besten. Dann komme ich hier nämlich auch auf jeden Fall hoch. Und das machen wir auch mal. Was ich eben ganz vergessen habe ist folgendes. Wir setzen natürlich auch noch hier und hier einen Piller. Das könnt ihr natürlich auch schon vorher machen. Der große Vorteil ist ja, dass ihr das Video guckt und erst dann anfangt. Ich habe das eben vergessen. Wie gesagt, machen wir einfach so. Hier vorne können wir dann noch so eine Art Balkon machen, indem wir einfach hier so zwei Böden nochmal setzen. Könnt ihr auch auf der anderen Seite machen, wenn ihr wollt. Ich habe es jetzt beim Eingang auch gemacht. Dann setzen wir natürlich hier nochmal dementsprechend Zäune hin, damit das Ganze auch gesichert ist. Und wir dann nicht hier runter plumpsen und setzen dann hier einfach eine normale Holztür rein. Einmal richtig drehen, damit ihr auch richtig drinsetzt die Holztür rein. Und auf der anderen Seite dementsprechend eine Wand. Als nächstes setzen wir dann Dachschrägen. Einmal hier und einmal da oben drüber. Und einmal hier. Auf der anderen Seite dasselbe spielen. Und dann können wir auch schon das Dach reinziehen. Dafür setzen wir das einmal hier ran und ziehen das einmal komplett durch. Das sieht dann einmal so aus. Und auf der anderen Seite machen wir das natürlich auch nochmal. Und damit wir jetzt diese Lücke hier wegbekommen, können wir entweder Strohwände oder Holzwände nehmen. Je nachdem was ihr wollt. Ich nehme jetzt einfach Strohwände. Und setze die einmal hier unten hin. Auch richtig rumdrehen, sodass das Gitter zu uns zeigt. Einmal hier hinsetzen, unten durchziehen und dann auch nochmal oben durchziehen. So ist das dann. So sieht das dann aus. Und wir können jetzt anfangen hier unten die nochmal wegzunehmen. So schaffen wir nochmal wieder ein bisschen Platz. Wir mussten die einfach nur setzen, damit wir generell die Strohwände oben hinsetzen können. Und wir können nicht vorher anfangen die wegzunehmen, weil sonst bricht das ein. Aber so funktioniert es auf jeden Fall. Und weil das Ganze jetzt von außen aus so ein bisschen kastenförmig aussieht, setzen wir nochmal ein paar Pillar. Und zwar einmal hier und einmal hier und auf der anderen Seite machen wir das gleich auch noch. Und wir setzen hier hinten nochmal eine Holzwand, auf die dann nochmal eine Schräge kommt. Und zwar so rum, damit wir nochmal eben hier Dächer langziehen können. Dann können wir nämlich noch hier die Strohdächer ein bisschen weiter runterziehen. Müsst ihr ein bisschen gucken, von welcher Seite ihr ran müsst, damit es funktioniert. Ich musste eben auf die andere Seite gehen. Und dann ziehen wir die einfach nochmal komplett hier rüber. So sieht das Ganze dann einmal aus. Auf der anderen Seite machen wir dasselbe Spiel wie gesagt nochmal. Wir setzen hier auch unsere Pillar hin. Nochmal eine Wand. Und nochmal eine Schräge oben drauf. Und dann können wir auch hier nochmal das Dach ein bisschen weiter runterziehen. Das machen wir auch nochmal. Dann sieht nämlich das Ganze von außen schon mal ein bisschen schicker aus. Und wirkt schon gar nicht mehr so kastenmäßig. Zeige ich das einmal ein bisschen. Genau. Dann können wir jetzt nächstes hier unten nochmal ein paar Zäune langziehen. Sodass das Ganze dann eben nicht so offen ist und abgeschlossen ist. Das machen wir auf der anderen Seite auch nochmal. Und das machen wir einfach ringsrum auch nochmal weiter. Müsst ihr uns nur überlegen, wo wir noch eine Rampe hinbauen wollen. Also das könnt ihr natürlich auch selber entscheiden, wo ihr die dann hinsetzt. Ich würde sagen, ich setze die einfach hier vorne hin und mache es soweit zu. Dann kommt nämlich einmal hier vorne eine Rampe hin, damit wir hier hochkommen können. Und dann können wir hier ganz leicht ins Haus reinkommen. Ich habe gerade nochmal zwei Zäune entfernt, weil mir aufgefallen ist, dass der Balkon noch ein bisschen schwebt. Um das ein bisschen zu verhindern, können wir einfach nochmal zwei Pillar hier untersetzen. Auf der anderen Seite auch. Dann schwebt zumindest der Balkon nicht mehr so. Und auch hier ist es so, das müsst ihr natürlich selber wissen, ob ihr da jetzt Pillar hinsetzen wollt. Weil die natürlich schon ein bisschen mächtig sind. Ihr könnt auch einfach Stonepipes benutzen. Dann sieht es auch so aus, als würde der Balkon nicht schweben. Das ist dann soweit erstmal die Base. Aber wir müssen dann noch ein bisschen was einrichten. Und zwar können wir hier vorne auf dieser Seite ein paar Öfen hinstellen. Ich würde hier einfach drei Stück hinstellen. Da kommt ihr noch dran vorbeigelaufen. Ist zwar ein bisschen eng, aber ist auch eine Anfängerbase. Einfach einmal zwischen die Pillar. So würde das dann aussehen. Ihr kommt hier noch wunderbar vorbei und könnt dann eure Sachen hier reinschmeißen. Auf der anderen Seite könnt ihr euch einfach so einen Cooking Pot hinsetzen. Das heißt, ihr könnt hier noch ein paar Sachen kochen, ein paar Farben oder auch Kibbel. So, drin sieht das Ganze folgendermaßen aus. Ich bin das mal eben übersprungen. Ich habe hier noch einen Tisch hingestellt mit Mörsern und Stößeln. Ich habe einige Schränke aufgebaut. Ich habe hier eine Räucherkammer hingestellt. Und noch eine Werkbank. Und hier oben habe ich einfach die Planken durchgezogen und darauf Lagerfeuer gestellt. Und oben habe ich einfach nur noch ein Bett platziert, falls ihr mal sterben solltet, dass ihr wieder spawnen könnt. Ich kann euch nochmal kurz verraten, wie ich das so akkurat hinbekommen habe. Also, dass die Schränke eben hier stehen, wie sie stehen. Ihr könnt euch einfach eine Leiter hier hinsetzen, diese hochklettern, wieder runtergehen, die Maus nicht mehr bewegen, den Schrank auswählen und dann könnt ihr komplett gerade den hinstellen. Dass er nicht mini, also er steht nicht mal schräg. Er steht dadurch einfach sehr akkurat im Raum und dann könnt ihr einfach hier rüber gehen und die platzieren und immer ein Stück nach hinten gehen. Wenn ihr auch so viele nacheinander hier hinbauen wollt, dann müsst ihr auf jeden Fall hinten nochmal eine Wand rausnehmen und eventuell auch den Zaun wegnehmen, damit ihr ein Stück rauslaufen könnt. Weil sonst müsst ihr irgendwann die Maus bewegen und dann wird es wieder schräg. So sieht das Ganze auf jeden Fall aus und ich denke, damit habt ihr eine sehr schöne Anfängerbase, die zwar innen ein bisschen vollgestopft ist, aber dafür sehr auf Funktionalität getrimmt ist. Das ist so mein Motto auf jeden Fall. Die Plattform, die wir hier hinten gesetzt haben, habe ich jetzt wieder weggenommen, weil ich nicht bedacht habe, dass wir hier noch diese Wand hinsetzen müssen und es dadurch gar nicht richtig nutzen können. Deswegen ist es jetzt einfach weg. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat weitergeholfen. Wenn dir diese Art von Videos gefällt, dann kannst du auf jeden Fall den Kanal abonnieren. Würde ich mich super freuen. Ansonsten bis zum nächsten Mal und ciao.